Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video wieder auf den Dörf Richtung Winterthur. Und ja, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es heute um das Thema Sicherheit auf den Dörf, beziehungsweise wie man sich so am Dörf gewöhnt, wie man zu einem wird auf dem Dörf. Und es ist so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man natürlich anarbeitet ist natürlich, oder Routine, beziehungsweise fahren, fahren, fahren ist natürlich das A und das O. Da bringt dich nichts dazu, um das zu lernen. Das macht dir ja auch Spass, du willst auch fahren, also fahren, 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 dass man ans Ziel kommt. Und ich bin immer noch kein Profifahrer, aber ich würde sagen, das Fahren, sich etwas zu trauen, und die Kürs, beziehungsweise Slalom fahren, das bringt dir mega viel. Also, ich würde sagen, Slalom fahren, dass du ein bisschen das Gefühl hast, wie der Dörf, ist schon mega etwas. Und natürlich, wenn du die Strecke schon kennst, beziehungsweise die Strecke vielleicht auch mit dem Auto schon mal gefahren bist, und ich weiss, ja, ich meine, mit dem Auto bist du auf 4 Rädern, da bist du auf 2, beim Auto hast du 4x eine Handfläche oder etwas weniger als eine Handfläche, auf dem Boden hast du 2x vielleicht eine halbe Handfläche, oder ich weiss es nicht. Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber ich würde mal sagen, es bringt viel, wenn man die Strecke kennt, weil man schon mit dem Dörf ein bisschen Slalom gemacht hat, oder Parkour, allgemein die Parkour, die man machen muss, nicht nur einfach nur Slalom, würde ich sagen, hat man schon viel Gefühl dafür, für den Dörf, oder? Und wenn man sich halt wirklich, also ich muss, ich will nicht gemeint sein, aber man muss sich einfach dafür interessieren. Also ich meine, ich kann zum Beispiel, da tue ich mich gerade selber ein bisschen roasten, Ich wollte früher eine Töffelprüfung machen, ich wollte am Schluss eigentlich die Adresse vom Strassenverkehrsamt und die Aussendung gewissen, weil ich mich so vielmals per Post angemeldet habe. Das ist schon von über 10 Jahren her gewesen, heute kann man das vielleicht auch in mein Eisgern, nein, wahrscheinlich wollen wir heute auch per Post machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich da so vielmals für die Töffelprüfung angemeldet, und dann habe ich nie gearbeitet, obwohl ich viel geübt habe. Aber ich habe mich, ich habe irgendetwas anscheinend falsch gemacht und ich denke, ich habe mich wahrscheinlich auch nicht so viel fest dafür interessiert, weil man denkt, Töffel fahren ist ein wenig wie Velofahren. Also du musst dich halt nicht anstrengen, aber du kommst nicht, du bist schlussendlich nicht viel schneller. Du bist zwar konstante, Moment, ich muss das alles richtig machen, konstante Geschwindigkeit von 30 km bis zum Ziel bist, wenn alles gut funktioniert, oder vielleicht bergauf ein wenig länger, aber es hat mich einfach zu wenig interessiert, weil Autoprüfung sind viel mehr Fragen. Autoprüfung sind viel mehr Fragen, ähm, schwieriger und ich habe es beim ersten Morgen geschafft. Obwohl, musst du sagen, ich habe ja schon, ich weiss so wie viele Jahre Töffel, Prüfung, Vorsprung gehabt, blöd gesagt, oder? Aber, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat schon mit dem Interesse zu tun, weil, oder wie viel Interesse man hat, weil ich habe zum Beispiel nach der Autoprüfung mich für noch nichts so extrem interessiert, wie viel es fahren darf. Also ich habe, ich glaube, für noch nichts so viele Stunden Videos im YouTube angeschaut und so viel gefahren und darüber nachgedacht und studiert und philosophiert und so, wie viel es fahren darf. Und ich muss einfach sagen, es ist halt schon so, man muss sich halt wirklich einfach dafür interessieren. Oder man muss sich einfach dafür interessieren. Und ja, und dann klappt das auch wieder. Das ist für mich auch so, ich interessiere mich extrem fürs Töfffahren. Ich weiss jetzt zum Beispiel auch, dass man links an den Pfeil vorbeifahren muss. Ich habe zum Beispiel das vorne nicht, also das hat mir zwar auch der Fahrlehrer gesagt, aber das hätte ich zum Beispiel vorne auch nicht gewusst. Oder dass eigentlich allgemein links am Zug vorbeifahren muss. Je nachdem halt, wenn du in einer Kurve bist oder so, da musst du halt schauen. Oder wenn du in der Strasse stehst, wie fährst oder so, wie fährst du. Also das ist halt alles ein bisschen so Übungssache und ein bisschen Routine. Aber ja. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ich habe uns jetzt da links. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch so kleine Videos grundsätzlich interessiert. Oder ob ich jedes Mal wirklich richtig einen Mehrwert in das Video bringen soll. Oder ob das einen Mehrwert braucht. Und dann würde ich sagen, wer wäre das gewesen für das erste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro94. Ciao.